Musik Die Osterhasenwahlen 2008 Das sind die diesjährigen Kandidaten für die Osterhasenwahlen. Tobi hat schon mal sein Osterköpfchen mitgebracht, denn er will alle Kinder reich beschenken. Aber er hat doch einen Nachteil. Manchmal futtert er alles ganz alleine auf. Schlappi ist der Älteste unter den Kandidaten. Er hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft und es gab keine Ostergeschenke. Das möchte er ihnen nicht antun. Wählen Sie Schlappi. Der letzte Kandidat ist Hoppel. Sehr hilfsbereit und äußerst zuvorkommend. Aber auch er gibt zu, dass er negative Eigenschaften hat. So ist er zudem ziemlich faul und weiß nicht, ob er das so ganz hinkriegen könnte, allen Kindern etwas zu schenken. Stimmen Sie jetzt ab!